Kreativität Kreativität ist das Werkzeug der Fantasie. Und kreatives Selbstvertrauen ist die Basis zur Förderung von Bildung. Ich habe hier gelernt, dass der Zukunft besser sein kann. Egal welche Ideen man hat oder was auch immer, das könnte wirklich so werden. Das Ziel der Kids Create the Future Kurse ist es, Wissen mit Spaß und Empathie zu vermitteln und dadurch Perspektiven zu schaffen. Es war eine Woche auf Augenhöhe, die ich als wirkliches Geschenk empfunde. Mit Kindern zu arbeiten ist eine große Inspiration. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob wir da mehr den Kindern mitgegeben haben oder die Kinder mehr uns mitgegeben haben. Diese Augen zu gucken und zu sehen, das ist so die Zukunft von Berlin, von Deutschland, von der Welt. Das macht mich einfach glücklich und berührt mich emotional. Und da mache ich mir echt wirklich keine Sorgen mehr um die Welt. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020